Halli, hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Harry Potter Part. Leute, es wird spannend, es wird absolut spannend. Im letzten Part hat ja Voldemort die Muggelwelt angegriffen und Lizzie, Hermine und auch Fleur, ihre Tochter, sind nach Hogwarts geflohen, also ins Reich der Magie, und haben sich da verbarrikadiert. In diesem Part werden wir uns mal Dumbledores Rat holen. Und wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, werden wir uns auf die Suche begeben nach den Horkruxen, um diesem Voldemort endlich die Stirn zu bieten und ihn zu vernichten. Er nervt mich. Ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch auch. Dann freuen wir uns gemeinsam und legen einfach voller Vorfreude los. Lizzie ist gerade dabei, Dumbledore um Rat zu fragen, wie sie vorgehen sollen, ob sie sich verbarrikadieren sollen, ob sie in den Angriff übergehen sollen, und was sie tun soll. Draußen versammeln sich so langsam die ganzen Todesser. Und sie hat ja vorhin schon mal, beziehungsweise im letzten Part schon mal gegen ihn gekämpft. Nicht das erste Mal. Und sie hat es sogar geschafft, ihn ein bisschen zu überwältigen. Aber das hat ihm nichts angehabt. Er ist einfach aufgestanden und weitergelaufen. Und dann wird Dumbledore ihr erklären, dass der gute Lord Voldemort, Tom Riddle, seine Seele in verschiedene Horkruxe gespalten hat. Irgendwelche Objekte, die in der kompletten Sims-Welt verstreut sind. Und die müssen sie finden. Ich weiß noch nicht, wie viele wir suchen wollen, wie viele wir in diesem Spiel machen wollen. Im Film sind es ja schon ein paar. Also, wir gucken mal. Auf jeden Fall wird sich Lizzie jetzt zusammen mit Hermine und Harry, der ist natürlich auch dabei, unser kleiner Held, auf die Suche machen nach den Horkruxen. Oder sollen wir Luna mitnehmen? Kommen wir nehmen Luna mit. Ich habe gerade Lust, Luna mitzunehmen. Wir machen einfach unsere eigenen Helden. Unsere eigenen Heldinnen. Die kommt jetzt einfach mit. So machen wir das. Und Fleur wird sie zu Hause lassen, beziehungsweise im Reich der Magie, weil es zu gefährlich ist. Zu gefährlich ist das. Und wir werden uns jetzt auf die Reise gehen. Sie nehmen Sack und Pack und werden... Ja, okay, ich muss... Warte. Stopp. Ich muss das anders machen. Ich will nämlich in den Wald. In den Wald will ich. Und das muss ich jetzt als Urlaub holen. Wieso haben wir 9.999.000? Was ist... Ich habe da nicht gecheatet. Vorhin stand da noch irgendwas von Minus. Was ist denn da los? Wir hatten, keine Ahnung, 300 oder so. Was ist... Also... Mein Spiel ist schon wieder völlig am Sack. So, wir wollen reisen. Wir wollen Urlaub nehmen. Und zwar... Luna nehmen wir mit. Ist Krummein wieder da? Krummein scheint wieder da zu sein. Luna nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Herr Bede. Ja, das war's. So, das geht's. Let's book a vacation. Also, wir nehmen an, sie waren jetzt nicht wirklich in den Urlaub, sondern... Sie packen jetzt ihr Zeug und werden in Granite Falls im Wald nach dem ersten Horcrux suchen. Und wir werden auf jeden Fall den Campingplatz nehmen. Für... Einen Tag. Ich will aber ihn eigentlich nicht mitnehmen. Ich hab jetzt den falschen weggenommen. Katastrophe. Ja, für einen Tag. Und da werden sie sich auf die Suche machen. Ich... Hab mir überlegt, dass der erste Horcrux nicht das Schwert sein wird. Ich weiß nicht, ob es ein Schwert in Sims 4 gibt. Muss ich mal gucken, ob ich das Objekt finde. Ich guck da gleich mal danach. Jetzt hab ich echt Dumbledore mitgenommen. Ja gut, dann nehmen wir halt Dumbledore mit. Dann... Wird das jetzt ein toller Ausflug? Wir haben gar kein Zelt. Ich dachte... Okay. Mach hier einfach mal ein Nickerchen. Kann sie nicht. Kann sie nicht. Kann sie nicht. Ah, okay. Wir brauchen ein Zelt. Wir brauchen ein Zelt. Amine hat aus ihrer riesigen... Tasche, nicht endenden Tasche, die ich auch gerne hätte, by the way, hat sie jetzt hier ein Zelt gezaubert. Und die werden sich jetzt erst mal hier ausruhen und... Überlegen, was sie machen wollen. Luna ist dabei für die Unterhaltung auf jeden Fall. Dumbledore hat uns gerade ein paar Burgerchen gebaut, gezaubert. Und... Hier fliegen Moskitos. Luna wird mal ein Feuer machen. Sie ist für die Gemütlichkeit zuständig. Und... Was macht sie? Die Wolken schauen. Ja wunderbar. Nein, du könntest dich auch mal hier dazusetzen und was essen. Und währenddessen dir die Geschichte von Voldemort anhören... Äh, von Dumbledore anhören. Woher er denn überhaupt weiß, was ein Horcrux ist. So. Theoretisch brauchen sie ja jetzt erst mal das Schwert von Gryffindor. Ich werde es mich mal auf die Suche machen nach einem Schwert. Muss ja geben, oder? Muss geben. Okay, Leute. Äh, Planänderung. Wir brauchen kein Basilisken-Gift und kein Schwert, um die Horcruxe zu vernichten. Sondern einen bestimmten Zauber, den Lissi lernen muss. Heute noch. So schnell wie möglich. Deswegen... Oh, sie ist immer noch müde. Ah, für die Story cheat ich jetzt einmal ganz kurz. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber manchmal passt es halt einfach nicht dazu, dass sie jetzt noch ewig pennt. Ich meine, die Welt ist in Gefahr. So. Und Dumbledore ist hoffentlich ein Virtuose. Ja, er ist ein Virtuose. Dann kann er ihr bestimmt ein paar Zauber beibringen. Sie wird jetzt mal fragen. Äh, Zauber... Um Zauberunterricht, komm bitte ihn mal. Dumbledore wird ihr jetzt anbieten, dass er ihr den Zauber beibringt. Weil sonst bringt das ja gar nichts, wenn sie die Horcruxe fängt. Findet. Ich hoffe, sie kann noch einen coolen Zauber lernen. Wir gucken einfach mal, was passiert. Und ich habe auch tatsächlich zwei Horcruxe gefunden. Das erste wird ein Buch sein, wie Tom Riddles Tagebuch. Und das zweite wird eine magische Schreibfehler sein. Hat mich angesprochen. Und das erste werden wir auf jeden Fall hier finden, in Granite Falls. Da müssen wir uns nachher mal auf die Suche machen, wenn sie den Zauber dafür kann. Oh, Luna hatte auch Geburtstag. Schön. All right. Wir nehmen an, sie hat den Zauber jetzt von ihnen gelernt. Sie wird ihn noch nicht zu 100% beherrschen. Aber schon so ein bisschen. Das ist hoffentlich ausgereicht. Jetzt wird sie sich mal noch kurz bei ihrem Schatzi melden. Den haben wir ja schon ein bisschen vernachlässigt. Und dann Adrian. Schicke ihm meine SMS, dass alles gut ist. Er weiß natürlich, dass sie jetzt auch Weltretter-Vision ist. Und wenn sie die SMS geschickt hat, dann werden wir uns auch mal auf die Suche begeben. Ich kenne mich in Granite Falls tatsächlich gar nicht aus. Ich weiß nicht. Hier gibt es doch auch irgendwo so einen geheimen Ort, glaube ich, oder? Finden wir den? Das wäre natürlich cool. So, wir befinden uns jetzt im tiefsten Wald von Granite Falls. Und hier muss es tatsächlich einen versteckten Höhleneingang geben. Ich habe den ungefähren Standort gerade gesehen, aber ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Gibt es das auch? Hä? Ah, Leute, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Da wird jetzt unsere gute Lizzie sich hierher Hanna hineinbegeben, weil ihre Nase ihr sagt, da ist es. Da ist es. Ich hoffe, sie schafft es auch. Ich war tatsächlich selber noch nie auf diesem Grundstück. Und dann gucken wir mal, ob da vielleicht ein Horcrux ist. Oh je. Umgeben von Dickicht, Dornen und Gefahren muss Elisabeth sich entscheiden, weitergehen oder sich zurückziehen. Natürlich weitergehen. Sie ist ja unser Main-Character. Sie schafft das. Erforschung des Dornengestritts. Nachdem Elisabeth sich mehrere Minuten einen Weg durch das Dickicht gebahnt hat, versperrt ihr ein riesiges Spinnennetz den Weg. Bleibt nur zu hoffen, dass es keine Spinne zu diesem Netz gibt. Gehen wir einfach durch. Kennen wir nichts. Elisabeth marschiert mit schwingenden Armen und einem Lid auf den Lippen durch das Gebüsch, das etwas Glänzendes ihrer Aufmerksamkeit erregt. Ah, was für eine Versuchung. Das ignorieren wir mal lieber. Elisabeth hat sie einen Weg durch die dichte Vegetation gebahnt und entdeckt mitten im Wald eine Lichtung. Eine Lichtung mit einem mysteriösen Sim. Tatsächlich? Wir gehen da natürlich hin. Ich hab's auf Anhieb geschafft. Halleluja. Seid ihr stolz auf mich? Ich bin sehr stolz auf mich. Ich hab wirklich nicht gespickt, was ich antworten muss. Das war gerade reine Intuition. Hermits Haus? Was? Hier wohnt jemand. So ein Alm. Bödi. Elena Löhre. Wie witzig. Gibt's hier irgendwelche Erdbeeren? Gibt's hier sauber? Aha. Ja, cool. Hier gibt's ja Sachen. Lizzie streift hier gerade so ein bisschen umher. und entdeckt da hinten eine kleine Hütte und fragt sich natürlich, was ist das? Warum ist hier eine Hütte mit denn im Nirgendwo? Also wirklich im Nirgendwo. Hier ist jetzt gar nichts. Und das macht sie natürlich neugierig. Deswegen wird sie jetzt hier reingehen und sich mal ein bisschen umschauen. Erstmal gucken, ob da niemand zu Hause ist. Sie ist auch ein bisschen skeptisch. Das war wegen was anderem, aber wir nehmen an, sie ist deshalb skeptisch. Nein, Narzissa, wir haben keine Zeit für dich. Narzissa wird wahrscheinlich Angst um ihr Enkelkind haben und wird sagen, Mädchen, komm zu uns, komm auf unsere Seite. Aber nein, 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 nein. So. Und hier wird sie jetzt ein bisschen im Bücherregal stübern. Und ein altes Familienalbum finden. Denn dieses gute Haus hier hat mal den Riddles gehört. Das war so eine alte Familienhütte. Vielleicht hat sein Opa hier noch drin gewohnt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Voldemort zu diesem Ort eine emotionale Bindung. Und deswegen sind wir auf der richtigen Spur. Sie wird sich jetzt hier so ein bisschen umsehen und die Dinge hier anschauen, weil sie weiß ja auch nicht. Vielleicht könnte ja auch dieser süße Elch hier sein, als Horcrux verkleidet. Das weiß man ja nicht. Das weiß sie dann erst, wenn sie es, wenn sie es sieht. Und beim Durchstöbern und beim Anschauen entdeckt sie dieses Buch hier. Und sie nimmt das Tagebuch jetzt mit und wird sich hier schnellst wieder verdünnisieren, bevor sie jemand entdeckt. Oder ist auch jemand, okay, da gehen wir jetzt nicht hin. Sie denkt an Voldemort. Von Lord nicht gemocht werden, weil unfreundlich ist. Ja, das hat sie auch schon gut erkannt. Okay, wir werden jetzt wieder zu den anderen zurückgehen. Narcissa, was hast du denn? Sie ist ja echt aufdringlich, die Gute. Ganz schön aufdringlich. Okay. Dann werden wir jetzt wieder zurückgehen zu den anderen und unseren Fund zeigen, was wir Tolles gefunden haben. Und dann werden wir versuchen, den zu zerstören. Ich glaube, Feuer kann sie ja. Ja, das müsste klappen. So. Sie zeigt jetzt allen erstmal hier das Tagebuch. Luna begutachte erstmal, geht nicht. Okay. Dann wird sie es jetzt hier einfach auf den Boden legen und vor versammelter Mannschaft verbrennen. Magie, Inferno. Perfekt. Do it. Let's burn this. Let's burn this. Und es brennt. Es brennt. Und ich hoffe, es wird auch zerstört. Wir nehmen an, das sind Freudentänze. Okay. Okay. Der erste Horcrux ist schon mal zerstört. Lass es brennen, Luna, weil das ist gut. Es ist nur noch ein Häufchen Asche übrig von dem Horcrux. Das hat schon mal funktioniert. Lizzie hat die Macht dazu und wird das jetzt auch gleich mal wegwerfen. Dann werden sie sich jetzt erstmal freudestrahlend umarmen, weil sie haben es geschafft, den ersten Horcrux zu vernichten. Ich bin stolz auf dich. Können wir uns umarmen? Wo ist denn Hermine eigentlich schon wieder Katastrophe? Okay. Es ist Nacht. Ich würde sagen, sie legen sich dann auch erstmal schlafen und morgen früh geht es dann weiter zum nächsten Horcrux. Hermine wird sich noch ein paar Gedanken machen, wo der denn sein könnte. Es muss ja was sein, wo Voldemort irgendwie eine Verbindung dazu hat. Deswegen ist das gar nicht so einfach. Aber unserem schlauen Mädchen wird schon was einfallen. Es ist mitten in der Nacht und plötzlich taucht jemand vor dem Zelt auf. Unser lieber Ex-Mann. Wir werden mal fragen, was er von uns möchte. Allein schon, dass er sich hertraut, ist es schon. Wenn das der dunkle Lord mitbekommt. Lass der Kopf aber ab, du. Darf natürlich niemand mitbekommen, dass er jetzt hier ist. Was machst du hier? Was ist los? Er wird ihr sagen, dass sie aufhören soll mit der Suche nach den Horcruxen. Denn der dunkle Lord hat das schon mitbekommen, dass sie den ersten zerstört haben. Das merkt er ja natürlich, weil er schwächer wird und er ist überhaupt nicht amüsiert darüber. Er ist kurz davor, in Hogwarts ein zu marschieren und da ist auch Fleur. Und das findet natürlich Draco auch überhaupt nicht gut. Denn trotz allem liebt er seine Tochter und ich bin mir auch nicht sicher, ob er Lizzie noch liebt. Wahrscheinlich schon. Und er hat sie ja nur verlassen, weil er sie beschützen wollte. Liz wird jetzt mal kurz aufs Klo gehen. Sie will das alles überhaupt nicht hören natürlich. Und, ähm, ja. Sie denkt sich, laber du nur, ich weiß schon, was ich tue. Ich bin eine starke Zauberin und du hast sowieso die falsche Seite gewählt. Also lasse ich mir von dir überhaupt nichts sagen. Wieso geht sie denn nicht aufs Klo? Jetzt geht sie. Faszinierend, okay. Gut, äh, Dumbledore ist jetzt ja auch gerade hier vorbeigelaufen. Deswegen wird er sich jetzt wieder... ...vertüdelühen. Sie wird jetzt erstmal einen Spaziergang machen, weil ich denke mal, sie kann jetzt nach dem Gespräch erstmal nicht mehr schlafen. Die arme Maus. Und vielleicht fällt ihr ja noch was ein, wo der nächste Horcrux sein könnte. Und sie hat tatsächlich einen Gedankenblitz. Deswegen wird sie da jetzt direkt hinfliegen. Auf ihrem Besen. Sie erinnert sich tatsächlich an eine Höhle aus ihrer Kindheit, wo sie früher mit ihrer Mama und ihrem Papa Grindelwald... ...öfters mal gespielt hat. Und sie befindet sich hier. Jetzt brauchen wir natürlich Geschicklichkeitslevel 10. Das cheate ich jetzt kurz, weil... ...because we have no time. Und sie ist eine Zauberin, deswegen kann sie das sowieso öffnen. Also, falls ihr die Höhle noch nicht kennt, die ist echt cool. Und die ist hier in diesem Büstenblütenpark in Oasis Springs, heißt es, glaube ich. Und mit Geschicklichkeitslevel 10 könnt ihr die aufbrechen. Und das wird sie jetzt machen. Sie wird hier ein bisschen umher suchen und sich dann daran erinnern, dass hier doch mal ein Eingang war in eine Höhle. Und die Höhle erinnert mich so ein bisschen an die Höhle, wo Harry mit Dumbledore den Filmen ist. Wo sie den... Das Amulett holen sie da, glaube ich. Ich glaube, das Amulett holen sie da raus. Und hier wird Lizzie hoffentlich auch fündig. So! Äh... So sieht die normalerweise dicht aus. Das ist... Das ist mir neu. Aber das passt uns doch ganz gut. Das war wohl schon in dem Savegame. Ja, wunderbar. Das ist doch optimal. Das sieht doch schon aus wie so ein Hexenversteck. Oh mein Gott, wie cool sieht das denn aus? Leute. Das ist ja mega cool, oder? Lasst uns mal da runter schauen. Oha! Das sieht halt wirklich aus wie so ein Hexenversteck. Wie geil ist das denn? Das feiere ich gerade mega. Okay. Sie wird jetzt hier hingehen. Die Mausi ist hier unten angekommen. Und wenn ich die Spinnen hier sehe, wird es mir ja schon ganz anders. Ähm... Sie wird auf jeden Fall dieses große Buch hier... Das mal betrachten. Aber nein, es ist nicht schon wieder ein Buch. Es ist die Schreibfeder. Die wird es sich jetzt mal genauer ansehen. Und dieser Schreibfeder hat Voldemort früher wohl in sein Tagebuch geschrieben. Und was dieser Ort hier mit ihm zu tun hat, ich weiß es nicht. Aber wir zünden das Ding jetzt auf jeden Fall an. So! Dimm dies und das. Du böser Lord. Oh böser Lord. So, von diesem Horcrux ist auch nur noch ein Häufchen Asche übrig. Das müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Wir werden jetzt wieder zurück nach Hogwarts reisen. Und mal gucken, wie es da so aussieht. Hier ist halt einfach kein Schwein mehr. Okay. Okay. Lizzie wird sich jetzt erstmal nochmal stärken. Was zum Essen machen. Für alle. Und... Damit ist der Part dann auch beendet. Sie haben die Horcruxe zerstört. Im nächsten Part wird definitiv die Schlacht sein. Und der nächste Part wird auch der letzte Part sein. Ich hoffe, euch gefällt es, wie ich das umsetze. Ich dachte mir, ich will nochmal zum Schluss hin so ein bisschen Harry Potter Story mit reinbringen. Mit den Horcruxen und so. Und ja, wie gesagt, die nächste Folge wird leider die letzte sein. Aber keine Angst, danach geht es weiter. Dazu im nächsten Part mehr. Ich freue mich schon riesig auf die große Schlacht von Hogwarts. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie zu dem Ende sagen wird. Es wird sehr traurig und emotional. Lasst euch überraschen. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten, letzten Harry Potter Part wieder. Bis dann. Tschüss.